Oh Leute, die rote Zone kommt immer näher zu uns. Ja, das ist in der Woche wieder vorbei, macht dagegen, glaubst du, kannst du alle 8 Stunden staufen. Ha-ha-ha. Gellst du auch nicht auslupen? Ja, ja. Ich bin immer wieder bei der Regel. Ich bin immer wieder bei der Regel. Ja, ich bin immer wieder bei der Regel. Willkommen zurück bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Nach unserer super Runde vom letzten Mal, wollen wir das natürlich jetzt noch schlechter machen. Und deswegen treffen wir uns alle 4, wie ich hier da stehe, wieder. Los geht's. Bei Knalltüten Gaming. Oh ja, danke. Vielen Dank, Killer Mandy. Du bist wirklich die Ergänzung meines Lebens. Mit Flowey. Falls es rauscht. Hier spricht Flowey. Oder sonst welche Probleme man macht. Bedankt euch bei Yahoo. Oder fragen sie an Arzt oder Apotheker. Oder den Arsch-Apotheker. Herr Schnupe. Schlafen sie mit dem Arzt oder Apotheker. Somit wurden wir alle vorgestellt. Wunderbar. Killer Mandy. Hallo Killer Mandy. Ist auch noch dabei. Ach ja, stimmt. Ich hab dich doch schon vollgeprollt gerade. Hast du eigentlich mit Vornamenkiller oder mit Nachnamen Mandy? Hä? Gerade ruhig weiter. Sagt der Swag Racer. Jetzt sind wir in der Wüste. Das ist gut. Das sind wir gut. In der Wüste. Auch. Bei mir lädt's noch. Ach, ich bin da. Wir haben jetzt auch gerade kurz durchgeladen, ja. Ich war schon da. Da haben wir die Chance ein Auto zu kriegen. Und uns tot zu fahren. Da werden wir Menschen nicht getötet. Ja. Ja. Schnupe läuft da hinten rum. Killer Mandy geistert dort rum. Wo ist denn jetzt Flowey? Lebt Flowey eigentlich noch? Beim Leben Schnupe. Ich bin auf den Hot Welts. Hot Welts. Hot Welts. Genau. Ein Fisch. Genau. Ein Heiser. Oh, hier guck mal. Hinter dem ich herrenne. Der hier. Ist es ein Eger? Ein Eger. Ein Eger. Ein Hosenträger. Es geht los Hosenträger. Es geht schon wieder los. Wir spielen diesmal nicht zu 100. Wir spielen diesmal zu 84. Oh, wir kommen gut. Also. Ja, wir leben. Hurra, wir leben noch. Da sollten wir uns hinten hier in St. Martin oder sowas. PowerCrit klingt auch gut. Wo ist ein PowerCrit? Neben St. Martin links so schräg. Alexandra. Wenn man dort vorbeikommt. Wo ist ein Alexandra? Achso, da oben. Ist das der Bruder von Carlos Santana? Die Schwester. Achso. Wir kommen natürlich genau über PowerCrit. Aber das werden die anderen sich auch vorstellen, schätze ich fast mal. Ja. Da werden sie vielleicht alle aussteigen. Guck mal, es ist fast alles leer. Wollen wir? Ja gut, machen wir. 1, 2, 1, jetzt. Scheiße. Wollen wir ja nochmal das Spiel erklären, wie geht das jetzt? Seid ihr auch rausgesprungen? Ja. Ja. Spiel erst mal hinter euch. Wir haben jetzt hier einige Punkte, wo wir uns hin... Ja, ist da gelbe, Papst. Ich bin bei dir, Papst. Hey, Schnube. Ja, 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 in das kümliche Industriegebiet. Ja, hier in der Mitte oder was? Ja. Ja. Ich hab jetzt hier irgendwie auch so ein... Das sind aus wie ein paar Häuser. Da können wir wahrscheinlich ein bisschen verteilen. Bei mir ist der Fallschirm aufgekommen und die Hose. Bei mir auch. Oh. Bei mir ist nur die Hose aufgekommen. Ich hab guckt, ich hab noch nicht mal einen Fallschirm. Wir sind auf Häuser. Oh, das ist Elektrizitätswerk. Katja, was ist das? Äh, Floi. Achso. Äh, Floi. Ja. Also, falls das jetzt jemand gehört hat, Katja spielt nicht mit. Wer ist Katja? Ich bin Swagbraiser. Katja hat frei. Katja hat frei. Floi ist auf Arbeit. Ja. Ja. So, ich hab jetzt zumindest schon mal MG. Ich hab ne Bratpfanne. Wow. Wow. Super. Damit kannst du echt viel anfangen. Definitiv. Ne, es ist so. Sind wir eigentlich jetzt alle hier? Oder ist der Swagraiser, Schnupe, Stock oder wie auch immer hießt jetzt woanders? Achso. Ich bin in das Spiel auch. Wir sind alle eben. Aber wir sind mitten im Kreis. Genau in der Mitte. Echt? Ja. Das haben wir auch noch nie geschafft. Cool. Gut abgesprungen, Cowboys. Ja, hab ich schon eine gute Idee gehabt. Hat jemand ne vernünftste Waffe, damit er mal schießen können und ihn schmeißen? Geile, geile Waffe. Ich, äh, wir können ja, weiss nicht, wollen wir mal zum Swagraiser oder zum Stockspap, irgend so wieder rüber zum Schnupe gehen? Wo ist er denn, der Schnubi? Auf der anderen Seite. Da ist das wo eine Antenne ist. Was? Hier ist noch was? Ne, hier ist. Doch, hier liegt noch was. Papst, hier ist noch was? Ah, ne. Das bin ich. Oh, ne. Hier liegt noch was. Wo bin ich denn? Also ich läuf jetzt rüber zu, zu. Oh, es hat grad gelaggt. Jetzt bin ich drei, ja. Oh. Ja, weil. Ach, ich will's ganz woanders schnuppen. Ja, ja, in der Nachbarstadt, ja. Ich muss erst mal hier rauskommen aus dem, ich hab mich ja total. Du hast Menti zu nur noch dabei, Menti weiß auch nicht wo lang. Ah ja, Menti der Killer. Ja, Menti der Killert. Menti der Killert. Menti der Killert. Menti der Killert immer eh durch. Wahnsinn. Der Tittenkiller, ah ne, war Tintenkiller. Der Tittenkiller. Man macht Brüste klein. Nein. Hahaha. Das ist doch der Kieferorthopäde. Hahaha. So, Moment. Ja, ist aber, außer Dreck ist ja nicht, da war ich schon stube schon. Das ist wie bei Zahnarzt und Frauenarzt, warum haben Zahnärzte über Zähne an den Fensterdenk und Frauenärzte keine. Naja, ich sag jetzt. Das heißt, keine, keine Zähne. Hahaha. So, wir würden mal noch ne Mütze ganz gut stehen. Aber hier sind doch bestimmt weltsche, oder? Das ist Mützen. Ja. Mützen, oder? Mützen, oder? Killer ist da hinten? Hassi? Killer Hassi? Ja. Oh, hier ist noch ein, hier ist ein Medi-Pack. Ihr wollt aber hinten quasi nicht mal gucken, na wo? Also die rote, also. Kann man auch ein Medi-Pack eingesammelt. Das können wir uns vielleicht erst noch ein bisschen... Oh, Leute, die rote Zone kommt immer näher zu uns. Alter, das ist in ner Woche wieder vorbei, macht er gegen Gott. Kannst du alle achten von den Stauffen. Hahaha. Kannst du auch auslupen? Naja. Wir sind immer wieder bei der... Weil du nicht laufst. Wir sind immer wieder bei der Regel. Ja, genau. Was sei denn hier? Ich seh immer noch Killer-Mandy. Ach so. Also ich bin durst... War jemand ne Schrotflinde? Ne, ich hab ne geile Waffe. Aber noch... Ich hab keinen Rucksack. Habt ihr irgendwo einen Rucksack? Ich hab irgendwo auch noch keinen Rucksack. Ich hab irgendwo auch noch keinen Rucksack. Ich hab irgendwo noch einen Rucksack. Ja. Ja. Der Papst hat... Hier ist nicht mehr Papst, oder? Hat grad der Schnuppe aufgesammelt. Oh, der Schnuppe. Was hast du denn für ne Waffe Killer? Es liegt... Es liegt wieder da. Ist jemand bei mir noch näher? Hier liegt es. Ich hab ne gute Waffe. Die liegen da drin. Oh, hier wird geschossen. Ne, das ist... Nein, 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 nein. Du kannst smooth bleiben. Das ist bloß hier die... Ach so, ja, in der rote Zone. Also Moment, Mandy. Mandy, Mandy brauchst du eine Waffe? Ja. Ja, Moment. Ich brauch erst mal einen Rucksack. Ich brauch auch einen Rucksack. Bleib jetzt nicht an der Waffe. Wir stehen hier stundenlang. Ne. Ne. Mach doch gleich die Schnuppe. Nicht? So. War schöner Helm. Das sieht richtig... Richtig schniegig aus. Richtig schnuppe. So, hier ist ja wirklich alles eingesammelt worden, was man einsammeln konnte. Irgendwo hab ich aber jetzt wirklich was... Echt? Ich hab ja wirklich was geschossen, ja. Wieso? Hier sieht man vor allem nicht, dass es so... Wollen wir drüber an die Häuser gehen, wo wir vorhin hier am Anfang waren? Also hier ziemlich am Anfang rechts. Damit man durchs Feld. Ne, ne. Ich mein jetzt einfach nur hier schräg so rüber in diese Halle, die grad vor uns steht. Ach so, die, ja. Können wir machen. Das... Das war ja die Wüste, wo man eher mal schnell ein Auto findet, ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, wir haben das noch nicht gesehen hier. Hier hat mich schon mal einer mit der Bratpfanne erschlagen. Das weiß ich noch. Na, da war es ja doch richtig gut. Wie kommt man jetzt am besten hier hoch? Ah hier vielleicht hier, dieses orange Ding hoch? Ne. Ne geht nicht. Ist ja schön. Von hier innen? Das orange Ding geht auch nicht hoch. Warte, ich guck mal hier hin. Ne, hier ist noch ein Klo. Ich will nicht mal das Schrot finden, wenn jemand will, aber stell es mal eher nicht. Ja, dann danken wir. Ich bin oben. Bieten? Hier hoch, an dem, an dem Kasten hoch. Oh, welches, welches, welches oben hier? Ach ja. Ja stimmt, hier gibt's den Kasten. Ja, ich bin oben. Ich schließe mal die Türen hier mal sicherheitshalber, da hat er hier vorne die eine. Hier ist man relativ sicher, weil die anderen müssen ja erstmal, den Bereich verkleinert sich in drei Stunden. Ich schalte mich gerade unten an dem Fenster, ich schalte nochmal kurz mal aus, schaue ob hier irgendwie irgendjemand oder euch und was kommt. Eier geistert, Alter, oben rum. Wo ist ein Killer Mandy? Unten war sie gerade. Eier unten, ja genau, plündert gerade erstmal. Schoppt. Ich mach mal die Tür vorne auch nochmal zu, sicher, sicher. Ne, ich gucke nur ab. Erstmal gucken, jetzt in zehn, fünf Sekunden, verkleinert sich's. Also komm da erstmal. Ja genau, mal gucken was passiert. Also komm da erstmal der Kreis an, ja. So, so lange ist man ja erstmal sicher, sicher. Rote Zone ist gar nicht bei uns, aber wir hören hier Hubschrauber. So. Wir müssen wieder Fracht abwerfen. Achso. So, Killer Mandy ist ja, also hast du doch keinen Rucksack auf. Hm, hm. Ich auch nicht. Ah, scheiße. Ich bin auf dem Balkon jetzt hier. Ich bin aus der Seite rausgeklettert. Oh, hier liegt noch Waffen. Oh. Oh, hier liegt die Weste. Ja, die habe ich drüben in der anderen Halle, tausende gefunden. Ja, Weste habe ich an, ich brauche einen Rucksack. Ich brauche auch einen Rucksack. Ich brauche auch einen Rucksack. Hier. Ah, noch eine Pistole, aber die könnte ich noch gebrauchen. Die hat der Papst gerade eingesammelt. Ja, warte. Äh, Schnube. Achso, also, ja. Der Papst. Oh, ich wollte den schießen. Bin doch bloß ich. Oh, Kerl. Okay, jetzt komme ich wohl nicht mal hier wieder zurück. Doch. Oh, oh. Oh. Weißt du, ich bin wieder drüben, Papst. Äh, Schnube. Ich bin hier, ich bin die andere Wand mal hochgeklettert. Sicher, sicher. Man weiß ja manchmal nie. Da hinten ja. Ja. So, ich gucke mal kurz auf die Karte. Klaus Karte. Klaus Karte. Ne, der Kreis, der Kreis ist noch zu groß. Auf dieser mittleren Dings da, wo Schnube gerade drinnen ist, wenn man da hoch kämen würde, äh, kommen würde, da ist auch noch was zu holen, so wie es aussieht. Ja, das stimmt. Also hier ist eine Schrotie, wenn einer was sucht, was er mit dem Schießen. Also hier ist eine Pistole, eine... Ich bin oben. Guck mal, was das ist, was da oben liegt. Weißt du, ich sehe das von dir aus? Äh, ne SKS. Oh, die springe gut. Ist das nicht ein Maschinengewehr? Ich habe eins, also wer eins braucht. Ich bin hier auf das Gerät gesprungen, auf diese... Oh, Mandy ist auch oben, ohne Probleme. Ja, hier, Mandy. Cool. Als du brauchst, also dort gibt es ja auch was. Na, ich schalte mir jetzt mal bitte die Übersicht hier. So. Oh, Schnubbel ist hier. Oh, das rennst du in Ruhe mit der Marete. Jo, geschieht schneller. Die kannst du mal schneller werfen. Ich brauche auf jeden Fall einen Rucksack, weil ich kann die Muni nicht einsammeln. Ne, ich habe okay Rucksack, ich brauche auch Rucksack. Na, ich habe aber hier wirklich noch Kokain weiter gesehen, also da ist momentan ziemlich fad dran. Wir sind so gut abgesprungen, ja. Ja, so viel Muni. Kreis dauert noch an. Ich kann hier nicht einsammeln, verdammt. Mal, ich komme zu euch gucken. Wenn du sie eh nicht einsammeln kannst, dann hole ich sie mir zumindest. Ja, genau. Ja, und damit habe ich keine Muni mehr. Gib mal Rucksack. Los. Rucksäcke sind hier echt an... äh, Mangelwoch. Oh, ja. Sonst findest du manchmal 15 Rucksäcke an ihm. Ja. Hier bei mir ist auch Waffe und Muni. Und hier ist schon eine schöne Waffe. Also, sie hast schon abgelegt. Genau, die Waffe hast du mal genommen, ja. So. Jetzt kann die andere, die müssen wir mal nachladen. Wir müssen jetzt nämlich warten, bis die Karte sich verkleidet. Und, äh, wir müssen im Endeffekt kommen wir immer an irgendein Ziel. Und müssen sehen, dass wir nicht erschossen werden. Genau, dafür müssen wir jetzt abwarten, bis der blaue Kreis näher kommt. Irgendwie mit der Update jetzt, oder soll das jetzt alles ein bisschen zügiger gehen? Also, da, da haben wir nicht mehr so viel Zeit, hier rumzuergern oder so. Da geht das alles ein bisschen schneller. Da zieht sich der Kreis auch irgendwie schneller zusammen. Ab der Schei. Ja gut, wir haben ja diesmal auch Glück gehabt, dass wir genau... Genau mittig, ja. Oh. Wirklich gut gelöst. 55 leben noch. Aber wir sind jetzt alle hier oben im Pass. Äh, Schnuppe ist unten. Aber ich sehe auch von hier oben, die Fenster sehe ich so erstmal nicht. Also jetzt gerade gehen wir bei uns noch nähe. Sehe ich unten. Ne. Er ist ja was geschafft, was schießen gehört. Echt jetzt? Ja, jetzt wird er. Ach du Scheiße. Geh am besten den, geh am besten den Weg da vorne hoch. Oder so. Wenn du hochkommen willst. Na ja, ihr lichter, ihr lichter Maschinengewehr. Was habt ihr denn? Ich hab eins. Ich hab eins. Ich hab auch eins, ja. Ich hab zwei sogar. Ich hab's aber auch gehört. Echt? Ist das nicht die rote Zone eher? Ne. Ne, das macht er rums. Das war ja ein rums. Rümschen. Ein rümschenschen. Aber ich sehe auch nicht, das ist eine Scheiße. Das müsste komplett über... Schau mal ruhig. Schau mal ruhig. Schau mal lauschen. Ich bin jetzt vorne am Tor. Ich hab's nicht mehr eingebildet, ich hab Schritte gehört. Ich halt mal die eh eine Tür hier im Blick. Hm, ich hab auch die Rolltore hier, die... Keine Rolltore sind im Blick. Aber die sind halt offen. Wie sieht's mit der Karte aus? Jetzt wird sie klein... Kleiner. Ja, kann uns auch nicht stören, weil wir sind immer noch super. So. Würde ich auch denken. Ja, das wird wahrscheinlich unser Haus hier erst mal bleiben. Ich hab's glaub was schießen, aber kann das sein? Ja, das ist eine Hubschraube. Ja, wir sind, wir sind noch... Genau. Oh ja. Kein Problem. Ja, verhau mal hier erst mal. Oh, ganz schön, ganz schön eingekreist, der Kreis, ne? Oh ja. Das ist mindestens um die Hälfte von Kleiner, wo ich auch mal denke. In der Zwischenzeit ist aber jetzt keiner gestorben, ne? Also sie sind immer noch 55, wie gerade eben Öschenmarschl. Stimmt, ja. Kann sich bloß erst mal umgucken hier und gucken, wo hier der Hase lang läuft. Hä? 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 Ah. Haha, so wär das ja total. Nee, das macht nämlich die Spannung hier an dem Spiel aus. Nie zu wissen wo die sind dann. Ja ja, wenn die auch immer reinkommen, dann knallen sie übern Haufen und aus ist die Spannung. Aber es stimmt, genau das ist nämlich das, man weiß nie was hier passiert. Deswegen verhorren wir eigentlich auch nicht nur um ein langweiliges Video zu machen. Sondern einfach um die Spannung auch für euch aufrechterhalten zu können. Und wie ihr jetzt hört, kommt gerade eine ziemlich gruselige Musik. Prost! Wer für mich der Untergang Ohne dich ein Ding lang Ziemlich gruselige Musik Okay, weiter geht's mit Warten Ich gucke mir vor, wie so ein Wächter hier, der hier mal hin und her rennt Ja, da macht's gut Das ist Schnuppe, Schnuppe hat seine Highheels an Ja Ach, die drücken ganz schön, die sind so schmoll Jetzt tut mich alle verteidigen, ich höre mal jetzt ein Bier Okay, Prost! Nein, sie schießen auf dich! Ihr macht das schön Ja, wir schießen auf dich Also langweilig war bis jetzt nur der Angelsimulator 2006 2007 ging schon wieder Der war schon besser, ja Der war immer ein Fisch im Wasser Zwei sind von uns gegangen, wir sind noch 53 Aber 100 Mann waren da, die den einen Fisch angeln wollten Oh In 1 Minute verkleidet sich's Was, 1 Minute verkleidet sich's? In 1 Minute? Mit Schaf? Mit allem? Bitte? Aber nicht so scharf und ohne Zwiebel Willst du das eigentlich erzählen, dass du in Aleppo geboren bist, oder wollen wir das jetzt hier an dem Video nicht unbedingt rausbringen? Wer jetzt? Das sagen wir besser nicht Das sagen wir besser nicht Nein, nein, nein Nix Achso, ich hör was, achso, das ist hier wieder Highheels Man Ja, Schnuppe, genau Also, wir sind doch selber Achso Achso, ich dachte gerade, was guckt eine Mandy hier in dem Spiel so traurig Aber Mandy ist im Inventor drin, seh ich gerade Also hat sie mir zumindest geschrieben, per WhatsApp Na, da wollte ich auch traurig gucken, wenn ich den Inventor gucken müsste Ist das schon klar? Geht's mir überhaupt aus? Weil wir nicht sagen, dass Mandy direkt hinter mir sitzt, das geht ja nicht Nein, überhaupt nicht, ne? Ne, ne, das darf ja keiner wissen Hm, schon klar Das soll ja online wirken Hör doch jetzt mal auf mich online zu wirken So, jetzt warten wir mal hier, ob hier irgendwas passiert Das war bestimmt die Killer Angie oder so, die sich gewirkt hat Die Killer Angie, die Killer Angie, schon klar Der rote, der rote Zorra Achja War das Wann wird denn der Kreis eigentlich? Das wird leicht kleiner Wow Wow So, wir sind hier in Woanders Guck's Guck's der Hude Also da gleich, der Kreis Warte, da hinten ist eine Tür aufgegangen Achtung, da hinten die Tür ist offen Die Scheiße, ja stimmt Die hab ich mal vor und zu gemacht Achtung, oh Scheiße Ähm, Schnube, guckst du an die Tür? Schau, achte auf das Rolltor, hör mal Äh, äh, die Ah, da, da kommt Wo ist er denn? Was ist da drin? Scheiße, mein Schatz Verdammt Warte, ich geh weg Oh, oh Wo ist der? B war dauer schießen, ne? Ja Ja Jaro, komm zu mir Kannst du mich retten? Warte, da ist er Hat mich auch Also was ist denn das? Der ist gut Ich geh runter Soll ich runter gehen, ja? Ja, äh Killer Menni, rette uns Ja? Ah, jetzt, jetzt musst du Ah, ah Versuch zu überleben Er hat ja versteckt dich irgendwo Nein, ich bin tot Ey, der hat einen Schuss und er macht mich platt Das kann so nicht sein Ich hab Jaro Wo ist Papst? Na neben dir Ich mach's Ui, Leute Wie war's ein Inventar? Also einen hab ich E? I? I I wie Inventar Danke Ich hab nicht Was? Ich komm an Katja nicht ran Also einen hab ich zerlegt Ah Wie nehm ich denn das? Der erste Hilfe Äh, ich hab dir bei mir der mittlere Maustaste Ich weiß nicht, wie es bei dir eingestellt ist Oh Leute Ah, der schießt Weil wir sind ja nämlich nicht Was ist neu Ja Der hat den Papst angeschossen Hinter mir Scheiße, der hat mich Danke Das an der Rücktür An der Rücktür Also wo wir jetzt die ganze Zeit warfen Ach so Scheiße, jetzt hat er mich schon wieder angeschossen Ja, das ist genau auf der anderen Tür Genau auf der anderen Seite Ich hab grad gesehen, ja Ich kann nicht, also Oh scheiße, jetzt hat er mich auch Oh nein, bitte nicht Mein Rücken abgeballert Mensch, du musst runter Oh nein Und komm, komm, wenn du hier auch gerade runterläufst Einfach in die Tür rein Da, da bin ich Und ich bin auch tot Also nicht tot aber Genau Geh rein Geh rein Nee, der könnte auch hier kommen Deswegen Ich bin jetzt tot Ja, ich auch, alle tot Mensch, Mensch, Mensch Aber wir haben schön gewartet Ehen kommt mal wenigstens Kind Schützt uns bei mir da Ja, wir haben die runter Doch Ja, wir haben uns Mühe gegeben Und deswegen sagen wir jetzt Bye Bye Und wir waren schlecht Nee, wir waren besser Besser war mehr Besser, ja Als letztes Mal Also, bis zur nächsten Runde Player Announce Battlegrounds Sagt euer Da Tüten Gaming Bye Bye Tschüss Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt sobald eine neue Folge verfügbar ist Bitte warten Und so